Mexiko-Stadt, Lewis Hamilton ist zum vierten Mal Formel 1 Weltmeister. Ein Start-Crash mit Sebastian Vettel sorgt für Aufregung. Red Bull-Pilot Max Verstappen siegt. Sebastian Vettels allerletzte Weltmeisterschaft Hoffnung war schon nach wenigen Metern geplatzt. Lewis Hamilton reichte nach einem wahren Start-Drama Platz 9 zur großen Titelfiesta. Der Mercedes-Pilot ist zum vierten Mal nach 2008, 2014 und 2015 Formel 1 Weltmeister. Durch den Crash seines Rivalen in Rot ist Hamilton der Titel nach dem chaotischen großen Preis von Mexiko bereits zwei Rennen vor Saisonende nicht mehr zu nehmen, weil Sebastian Vettel im Ferrari nicht über Rang 4 hinauskam. Nur mit einem Sieg hätte Vettel die Weltmeisterschaft-Entscheidung noch einmal vertagt, doch den Triumph in Mexiko-Stadt holte sich Max Verstappen, Red Bull, vor Valtteri Butas, Finnland, im zweiten Silberpfeil. Hamilton Ich bin sehr dankbar, wie war Mexiko, rief ein freudestrahlender Hamilton im Ziel. Es war eine unglaubliche Reise mit dem Team in den letzten fünf Jahren. Ich bin sehr dankbar. Vier Titel fühlen sich surreal an. Ich habe bis zum Ende alles gegeben, und widme das meiner Familie und dem Team. Mercedes-Motorsportchef Toto Wolf gratulierte dem neuen Weltmeister im Boxenfunk. Es war nicht das Rennen, das du wolltest, aber egal. Teamaufsichtsratschef Niki Lauda fügte an. Danke, 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 danke. Viermal danke. Vettel schlitzte Reifen von Hamilton auf. Beim mit Spannung erwarteten Start vor 115.000 Zuschauern schenkten sich Polisetter Vettel, Hamilton und Verstappen nichts. Vettel und Verstappen berührten sich in der zweiten Kurve. Vettel verlor seinen Frontflügel und schlitzte Hamilton dann den rechten Hinterreifen auf. Hamilton wollte danach sofort von der Box wissen, ob das Absicht gewesen sei. Wir sind nicht sicher, war die Antwort. Eine Untersuchung durch die Rennleitung wurde aber nicht eingeleitet. Und während der Red Bull von Verstappen im ganzen Chaos unbeschadet blieb, fielen Vettel und Hamilton ans Ende des Feldes zurück. Der Britte verlor sogar über eine Minute, weil er sich mit seinem Plattfuß in die Box quälen musste. Danach arbeitete sich Vettel durch das Feld, doch Hamilton hatte weiter Probleme und wurde im 22. Umlauf sogar von Verstappen überrundet. Hamilton zieht mit Prost und Vettel gleich, doch Hamilton wird es verkraften können, er ist nun einer der erfolgreichsten Fahrer der Formel 1 Geschichte. Der 32-Jährige zog nach Titeln mit Alain Prost, Frankreich und Vettel gleich. Nur Rekord-Weltmeister Michael Schumacher mit sieben Triumpfen und Juan Manuel Fangio, Argentinien, mit fünf setzten sich häufiger die Weltmeisterschaft Krone auf. Hamilton löst Rosberg als Weltmeister ab Das Hamilton seinen zurückgetretenen Teamkollegen Nico Rosberg als Weltmeister ablösen würde, hatte sich in den vergangenen Wochen abgezeichnet. Die Frage war nur noch wann. Noch Anfang September lag der 32-Jährige sieben Punkte hinter Vettel zurück, doch technische Probleme in Malaysia und Japan, sowie ein selbst verursachter Startunfall in Singapur warfen den Deutschen massiv zurück. Und so wurde es für den Heppenheimer auch in seiner dritten Saison mit der Scuderia nichts mit der erhofften Rückkehr auf den PS-Thron. Hamilton leistet sich kaum einen Fehler Hamilton war in diesem Jahr einfach nicht zu schlagen, der PS-Bobstar konnte sich auch auf seine Technik verlassen, und leistete sich kaum einen Wackler, geschweige den echten Fehler. Er selber sieht sich in diesem Jahr auf einem neuen Level angekommen, sagte er. Ich fühle mich so gut wie nie zuvor, physisch und mental. Und so konnte es sich Hamilton mit seinem komfortablen Weltmeisterschaft-Vorsprung im Rücken in Mexiko sogar leisten, nach dem Stabrahmen nicht mehr volles Risiko fahren zu müssen. Er ließ sich auf den Stand halten, was Vettel machte, und holte zur eigenen Beruhigung noch einige Punkte.